Herzlich willkommen und moin zu einem neuen, weiteren Video. Ich habe gestern erst das letzte Video hochgeladen und ich habe heute direkt schon wieder Bock, ein paar Inhalte zu teilen. Thema dieses Videos sind meine Gedanken zum Thema Geldverdienen mit der Fotografie. Wenn du dein Hobby, es muss ja schon Hobby sein, wenn du Fotograf bist, wenn du das zumindest nebenberuflich oder hauptberuflich ausübst, dann geht es ja auch nicht nur um Spaß, Freude, um wunderschöne Bilder, sondern es geht auch irgendwie immer um das Thema Geld. Für mich lange Zeit ein schwieriges Thema, also eines der langweiligsten, was es gibt. Aber immerhin, also im Prinzip Geld sind Zettel, bedruckte Zettel, hat wenig mit Freude zu tun. Aber ja, klar, man braucht, man braucht Geld und ja, wie läuft das? Vielleicht auch noch so ein Thema, ich finde gerade YouTube mega, mega cool, weil das irgendwie doch ein bisschen eine Plattform mit mehr Substanz ist. Mich nervt gerade aktuell ein wenig Instagram. Das heißt nicht, dass sich das ändert. Ich habe bestimmt auch nochmal Bock, ein Thema zum, ein Video zum Thema Instagram zu machen. So, bevor ich mich jetzt hier verhaspel, kommen wir doch mal zur Sache auf den Punkt. Thema Geld bei der Fotografie. Ich glaube erst mal vorweg, wenn du reich werden möchtest, dann gibt es viel effizientere Wege, als Fotograf zu werden. Wenn du aber Fotos liebst, dann ist oder bietet dir die Fotografie auf jeden Fall eine super Option, zumindest erst mal dein Hobby zu finanzieren, deine Kameras zu finanzieren. Das Thema Geld hat ja dann doch auch schon irgendwas mit Wertschöpfung zu tun, mit Wertschätzung. Und ja, so schwierig das ganze Thema Geld auch sein mag, Irgendwann kommst du ja zu dem Ergebnis, dass du nicht mehr deine teure Ausrüstung, dein teures Equipment irgendwo mit hinschleppst und Fotos machst, einfach weil es dir Freude macht, weil, das wirst du spätestens dann merken, wenn du zum ersten Mal eine Hochzeitsreportage fotografierst, und du wirst so viele Bilder haben, dass du, das ist jetzt meine Erfahrung, noch mal mindestens genauso viel Zeit für die Entwicklung, also für die Nachbearbeitung der Bilder, sei es auch nur das Anpassen der Lichter und die Auswahl und Zusammenstellung von deinem Content, dass du noch mal genauso viel Zeit investieren musst, wie das Fotografieren an sich. Und wenn du jetzt zum Beispiel bei einer Hochzeit, da entstehen bei mir gut und gerne mal 6000 Bilder und mehr, wenn du dann zwei, drei Tage dran sitzt, dann kannst du das nicht einfach so für umsonst machen, sondern dann bist du damit konfrontiert, dass das Ganze irgendwo einen Preis haben muss. Meine Erfahrung dabei ist auch, dass es ab einem gewissen Umfang der Fotos auch überhaupt keinen Sinn macht oder gar keine Freude macht, also die Energie stimmt nicht richtig. Wenn ich jetzt zu wenig Geld aufrufe, dann kann ich das gleich im Prinzip auch gleich sein lassen, weil meine Motivation, meine Energie, das passt dann halt nicht. Wenn ich weiß, okay, wir können gerne Fotos machen, das kostet aber pro Stunde Fotografieren 100 Euro, mittlerweile würde ich sagen mindestens 100 Euro, dann hast du ein ganz anderes Energielevel und das bringst du auch mit, das transportierst du auch. Du fühlst dich viel mehr gewertschätzt. Und dann ist ja natürlich auch die Überlegung, wow, cool, erstens macht mir das ja schon Spaß, das Fotografieren. Und wenn ich jetzt eine Hochzeit fotografiere und nehme dafür 1000 Euro, dann ist es ja auch immer eine Freude, weil du weißt, du kannst dir davon irgendwie wieder was kaufen. Du kannst dir ein neues Objektiv kaufen. Du kannst deine Software updaten. Was auch immer. Also, wie viel sollte man allerdings nehmen und wie ermittelt man das überhaupt, was man bekommt? Das Thema Nachbearbeitung ist halt, also insbesondere wenn es um Hochzeitsfotos geht, um eine Fotoreportage, aber auch natürlich um Businessfotos, die vielleicht, also bei Businessfotos macht man nicht so viele Fotos, aber die Retusche ist doch schon deutlich mehr aufwendiger als bei einer Fotoreportage. So, da muss man erstmal grundsätzlich überlegen. Also ich habe die Einstellung, ich liebe es, drei- bis viermal im Jahr Hochzeitsfotos zu machen, mehr nicht. und das Minimum, was ich dir empfehlen würde, zu kalkulieren, wären 100 Euro pro Stunde fotografieren. Natürlich vorausgesetzt, du beherrschst deine Kamera und du bist in der Lage, Menschen gut adäquat und auch gut in Szene zu setzen und überhaupt mit Menschen umgehen zu können und diese zu fotografieren. So, das ist dann schon wieder fast Eignung zum Thema Hochzeitsfotografie. Das hat auch wieder ganz besondere Eigenschaften. Du bist ja auch sehr nah an denen dran, du bist sehr nah an Menschen, du bist sehr nah an vielen Menschen dran. Wenn das dir erstmal zu viel ist, dann ist das Thema Porträts, Businessfotografie vielleicht ein Stück weit interessanter für dich. Aber grundsätzlich ist es wichtig, dass du dir Gedanken machst, was es kostet, wenn du Fotografie zumindest nebenberuflich machst. Hilfreich ist auch, wenn du dir erstmal aufschreibst, wie viel Aufwand ist das denn überhaupt? Also wenn du zum Beispiel noch nie eine Hochzeit fotografiert hast oder noch nie eine Businessreportage gemacht hast oder noch nie Businessfotos gemacht hast, klar, dann solltest du auf jeden Fall das Ganze umsonst und kostenlos anbieten. Das ist meine Meinung, um erstmal Erfahrungswerte zu sammeln. Wenn du das Ganze zwei-, dreimal gemacht hast, dann hast du ungefähr auf dem Zettel, wie viel Aufwand ist das? Was kommt da überhaupt auf dich zu? Macht dir das immer noch Spaß? Und wenn dir das dann immer noch Spaß macht, ja, dann hilft es sozusagen, dir das aufzuschreiben, zu notieren, wie lange hast du fotografiert, wie ist das mit deiner Nachbearbeitung? Und wenn du viele Bilder nachbearbeitest und natürlich das auch noch als Dienstleistung machst, dann wirst du auch merken, dass das natürlich anders ist, als wenn du jetzt zum Beispiel ein TFP-Shooting machst, wo du die Bilder quasi für dich machst, wenn du die Bilder für jemand anderen machst, dann hast du natürlich einen ganz anderen Bezug zu den Bildern. Bei mir hilft es dann, dass ich diese Bilder auch relativ zeitnah entwickle, weil dieser Bezug, der wird immer mehr, rückt immer mehr in den Hintergrund. Also würde ich diese Bilder quasi sechs Wochen später entwickeln, dann wäre das gar nicht so gut für die Bilder, weil der Bezug ist ein Stück weit zurückgegangen. Allerdings fällt es mir zum Beispiel auch viel leichter, rigoros die Bilder auszuwählen oder mich auf die guten Bilder zu fokussieren. Das ist auch so ein Punkt, da darfst du dich rantasten. So, und dann wird mir auch mal bewusst, wenn es um das Thema Kalkulation angeht, rangeht, dann wird mir auch mal bewusst, was für Ausgaben ich denn überhaupt habe. Das ist die Webseite mit dem Webspace. Das sind die ganzen Software-Abos. Das ist immer mal wieder etwas Neues, was ich für die Kamera brauche. Für die Kamera, für die Peripheriegeräte, für Lichtequipment. Und ja, so gesehen muss man, darf man da ehrlich mit sich selber sein und auch anfangen, einen entsprechenden, einen richtigen Preis aufzurufen. So, jetzt weiß ich gar nicht, was ich da noch großartig für Tipps raushauen kann. Ich kann nur so viel sagen, dass ich mich freue oder dass ich froh bin, dass ich niemals das Thema Fotografie hauptberuflich angegangen bin. Also, wenn die Rahmenbedingungen stimmen würden und ich wäre immer in der Lage, den richtigen Preis aufzurufen und auch das richtige Geld zu bekommen, dann wäre es durchaus eine Überlegung, was allerdings immer natürlich mit Risiko verbunden ist. Und ich habe mir schon mal ein Hobby kaputt gemacht. das möchte ich halt nicht. Also, ich möchte immer die Leidenschaft und die Freude am Fotografieren behalten. Und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel Hochzeitsfotos pro Jahr auf drei bis vier Mal limitiere. Bei Porträts sieht das anders aus. Allerdings, wenn ich Porträts mache, dann ist das eine Angelegenheit von mindestens auch zwei bis drei Stunden. Ansonsten gebe ich halt gerne den Tipp oder die Empfehlung, doch mal woanders hinzugehen. Also, zum Beispiel in Hamburg, ich glaube, die sind deutschlandweit vertreten, gibt es Studiolein. Die machen natürlich technisch ein gutes Foto. Aber das ist nicht das, worauf es mir bei Porträts ankommt. Also, wenn ich ein Porträt mache, dann geht es immer um das Thema Verbindung, diese Verbindung zum Menschen aufzubauen. Die spannendste Frage bei Porträtfotos ist die Frage, wer bist du? Und das hat wenig mit technischen Aspekten zu tun. Deswegen sage ich auch sehr gerne, dass das Foto, das Foto an sich, das Porträtfoto, ist eigentlich eher ein Randprodukt oder ein Abfallprodukt. Was man auf dem Bild sieht, das ist, glaube ich, eine Aussage von Peter Lindbergh, ist immer die Interaktion von Model, von der Person vor der Kamera und dem Fotografen. Wie fühlt er sich? Fühlt er sich sicher? Hat er die Energie quasi oben? Ist er gut drauf? Und kann man das jetzt sichtbar machen und abbilden? Und natürlich muss die Kamera das können, natürlich musst du als Fotograf das können, aber das ist das Eigentliche, worauf es ankommt. Und deswegen haben Porträtfotos mit mir schon grundsätzlich die Notwendigkeit, dass wir zwei bis drei Stunden Zeit brauchen. Natürlich werden in diesen zwei bis drei Stunden nicht permanent Fotos gemacht. Und da ist es dann schon schwierig, den Preis, den ich für Porträtfotos aufrufe, nachzuvollziehen. Insbesondere, wenn man jetzt einfach, und das ist natürlich aber auch ein Stück weit Unwissenheit, das kann ja natürlich auch niemand wissen, das ist etwas, was man dann auch vermitteln und erklären muss. Natürlich objektiv betrachtet, wenn jemand zu StudioLine quasi dem Fotodiscounter geht und bekommt ein Bild für 25 Euro, dann kann man das nicht am reinen Bild messen, sondern es gehört ja viel, viel, viel mehr dazu, dass wir zum Beispiel uns überlegen, wo soll das Foto gemacht werden? Zu Hause, im Studio, draußen unterwegs, on location, arbeiten mit available Licht. So, das sind Sachen, die mag ich. Das aber allerdings, so sind meine Gedanken, das allerdings jetzt irgendwie hauptberuflich abdecken zu können, das halte ich persönlich für schwierig. Finde ich aber auch gar nicht schlimm, weil das auch einfach nebenberuflich eine wunderbare Sache ist. Ich mache sicherlich nochmal ein zweites Video mit konkreteren Tipps zum Thema Business. Was brauche ich für mein Fotobusiness und das Thema Preisgestaltung? Wenn du Fragen hast, schreib sie bitte in die Kommentare. Wenn du gerne teilen möchtest, wie du an dein Hobby, an deinen Nebenberuf, gerne auch Hauptberuf, Fotografie rangehst und wie du das mit der Preisgestaltung machst, freue ich mich ebenfalls über einen Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.